Nugent Estate wurde 1940 durch den gleichnamigen spanischen Einwanderer New South Wales gegründet. Jedoch widmet man sich erst seit 1999 und damit in dritter Generation der Erzeugung von Wein. Der Third Generation Shiraz zeigt sich konzentriert mit enormer Fruchtfülle süßlichen Tanninen, einer würzigen Art, einem Hauch von Holz und viel Charme. Ein Vorzeigeschiraz aus Australien.